Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Borderlands nach einer langen Zeit und bevor wir es weiter machen, brauche ich erstmal einen Verkaufsautomaten, weil ich habe so viel Schrott bei mir dabei Ja der Mike, der trollt mich jetzt schon eine Viertelstunde lang Warte Ruhe Du bist keiner auf... So, wo? Ah hier So, was habe ich denn hier? Lauter Schwachsinn Das brauche ich auch nicht Brauche ich eigentlich auch nicht Nö Die werde ich noch... Auch nischt Hm So, da sind wir wieder Es gab ein paar technische Schwierigkeiten Wer bist du denn? Der Markus Den kenne ich noch Den kenne ich von Borderlands 2 Hurra Ei, Alter Spoiler doch nicht jede kleine Fotze hier, ohne Witz Wieso denn? Das ist der Typ, der aber die Waffen macht und verkauft Ja, ich weiß Und er hat sogar eine Mission für uns Suche da eine Information darüber, wer die Banditen mit Waffen versorgt Rechnung über Waffen die Waffen macht Ah, die haben wir glaube ich schon Okay, Muni Was gibt es denn da? Schön, was brauche ich denn? Reifel Muni brauche ich Alter, ich hab alles voll So Und Medi-Kids wär noch nicht schlecht Oh ja, das wär echt nicht schlecht Wenn ich wüsste, wo Der war vorhin Ach komm, lass einfach abhauen, los Chill Wir müssen erstmal Tarnis finden, müssen wir Wo ist denn das? Ist das hier in der Stadt? Nö, natürlich nicht Nö, natürlich nicht Nö, jetzt hör mal kurz noch kurz noch den Doktor Z Wohin, alter Ganz da Oh, im schwarzen Brett gibt's noch immer ein Ding Sind es dann hier Teile der SMG Lade 5 Teilbuch Einträge von den Datenschreibern Okay, seh mich auch mal an Ja, was Aber wir wollen jetzt erstmal Tarnis suchen Boah, das hab ich nicht mehr gespielt, ey Ja, dann mach halt mal bitte die Tarnis ein bisschen rein Naja Alter, kann die mal ihre Fresse halten hier So Darf ich aber richtig ruhig hingehen? Nö, läuft genau in die verkehrte Richtung So Da gibt's ja jetzt Medi-Kids, da gibt's Medi-Kids Medi-Kids Oh Ja Oh, es gibt's gar richtige Medi-Kids jetzt Keine leichte Medi-Kids mehr, sondern nur richtige Medi-Kids Ich darf mal Du hast nicht genug Platz 2, 3 mit 45.000 Hier ist ne Sackgasse Anteil, die brauch ich jetzt nicht Ich komm hier nicht mehr raus Ich komm hier nicht mehr raus Ich komm hier nicht mehr raus Hä? 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 ich komme ich finde ich raus so hier so wie er ist kein Medikett gekauft so ich hatte nur verkauft und wollte wollte eigentlich Medikets kaufen und habe erst gekauft nun rot angegriffen wo geht es hier raus Schenkert schlägt aber ich sehen jetzt bin ich komme hier nicht raus schießen die nur so langsam stirbt doch mal Transfusion wir hätten vielleicht gucken sollen ob wir vielleicht irgendwie schon zum Schnellreisen machen können tokyo so was frischst du schon wieder Gar nix, guck, Schnellreise wäre irgendwie sinnvoller gewesen. So. I get you right. I get you right. Nehmen wir mal bisschen was mit, ne? Ich hab die Karte. Komm, Schatzi. Ich bin doch da. Wohin? Ähm, rechts. Was? Wo rechts? Hier? Zurück, nicht da rein, in die andere Richtung. Der Spalt ist aber schneller zumindest. Das wäre rechts gewesen. Links, mein Gott. Was jetzt? Ja schon, nein, da rein, stimmt schon, da wohl gerade du hast rein. Du und deine links-rechts-Schwäche, Alter. Ja, da geht's nicht durch. Ja, doch, aber halt wie im Auto. Ja, dann fall jetzt rechts, äh, doch rechts. Junge, schreib dir auf deine Hände rechts und links. Und jetzt links. Was machst du? Ich kann's halt wohin? Ähm, geradeaus. Hier lang? Nein, rechts. Nein, links, 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 links. Na, nicht so weit. Geht auch, geht auch, mach einfach. Alles. Und jetzt rechts. Welches rechts? Hier rechts. Schlicker oder rechte? Da lang. Mach's gar leer. Was? So ein Geiler, macht's du? Das sind mal die Vögel am Arm. Ach du bist gleich tot. Ja, komm mal her! Hm. Lowie. Klasse, diese Vögel. Ohne Witz. So. Woha, er erschreckt mich doch, Alter. Ohne Witz. Ich komm aus Boden. Das sie was aushalten, Alter Vater. Die Königin mit einem Schuss weg. Ach, du musst auf Hinterteil treffen, dann sind sie schnell weg. Nicht auf dem Panzer, Alter meine Mutter. Das ist wie in der Ruhe. Shit. Das wird sogar in der Ruhe. Kackvieh. Das Ding hat mit einem Schuss weggeballert. Das braucht zu ewig. Okay. So. Hier geht's. Also nochmal so ein Vieh hier. LOL. Warum mach ich es eigentlich nicht einfach? Ich hab auch hier so ein schönes Geschütz. Das ist damit kitzig. So. Alter wie viele kommen da? Was noch mehr? So. Okay. Jetzt geht's ab. Warum ist mit dem Händen da hoch? Oh mein Gott. Ich will damit keine Schnellreise genommen. Pfff. Ja. Also frage ich dich. Wieso mich? Weiß ich nicht. Bin ich wieder schuld. Jetzt bin ich wieder schuld. Ja. Du machst dich auf die Reisen. Macht gar nichts ohne meinen Anwalt. Ja. Kleine Schwuchtelfleger. Kleine Schwuchtelfleger. Du. Stirb. Weg und du weg. Weg und du weg. Weg. Ja. Tritt auch noch aufs Maul. Gerne. Ja. Oder gar. Oh Gott. Was ist das denn hier? Was ist das denn? 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 Ich hab ein Medikid entdeckt. WTF? Irgendwie gefällt mir das Tor hier nicht. Ich hab ein leichter Gefühl dass es hier irgendwie ... War einfach durchgehen. Mama! Mma! Marmon Manuel Mod shooter die Hafe abknall aus medizinischenבige den Mann ist durch momo ja komm tschüss Abfolgen rausgeschossen gut waren das alle? Nein ich kann mal schauen welche Herausforderung das war keine ahnung aufgeblasener Rack Alter diese Schatzviecher nee brauche ich immer Achtung was? Alter wie viele ist ja sicher von allen Seiten kommst du doch wie viele können wir erst kurz in dem Haus hier vorbeischauen ach da muss ich sogar hin Tanis lol ja dich kenne ich auch noch abliefern Tiff den verrückten erl den erl den erl dich zum Sklaven springen einen weg frei um dich mit den verrückten erl zu treffen alles klar alles klar so was haben wir denn für Missionen? immer wieder gerne wo sind wir denn? ähm keine ahnung das wäre natürlich sinnvolles zu wissen rost commons west sind wir da haben wir noch drei Missionen finde sämtliche teile des smg schnitzeljagd die finde ich ja schon immer geil ach toll die sind ganz unten warte mal gucken ob wir das anders haben